Man sieht es gar nicht, wie viel das ist. Das ist eine Monster-Tüte. Kein Traum. Das Auto ist beladen. Ich keine Ahnung. Ich filme gerade, wie voll dieses Auto ist. So, welcome to a new vlog. Ich mache Roomtour. Preparations laufen hier. Sieht aus wie eine Hochzeit. Jeder hat so ein Notizbuch und einen Stift. Und da ist auch wieder die Magdalena. Guten Abend, Leute. Was wieder? Tschüss, big. I'm back. So, schau euch das mal an. Felix Alfen. Leute, wir haben hier Bitcoins im Zimmer. Zwei Stück. Echte Bitcoins. Also, zeig mal das, Magda. Quelle, vertrau mir, Bruder. Echte Bitcoins. Hey, warte. Der war ein Cousin. Das ist so geil. Wir sind so super toll, Leute. We build different. Ja, we build different. Stör mit deinem Leben. So, so, so. 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 Boi. Wir gehen jetzt frühstücken. Wir gehen jetzt Abendessen. Ja, wir gehen jetzt hierhin um halb neun, acht Uhr dreißig. Acht Uhr dreißig. Dahin gehen wir jetzt Martins Gang. See you. Hallo. Hallo. Mein Name ist Hanno. Ich habe eine Frau und zwei Kinder und ich arbeite in einer Klopffabrik. Eines Tages kam mein Chef. Kennst du das nicht? Oh. Das Ding ist die. Leute, wir können uns auch antworten, was das hier ist auf dem Boden. Warum? Bitte Erklärung. Was ist das? Ja, super. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben ein Zimmer, eine Nacht dazu gebucht. Nachgebucht? So, ich gebe dir nachgebucht, damit wir bis morgen bleiben. Für 20 Euro wird ein Bett in unser Zimmer geschehen, damit wir dann zu kurz schlagen können. So, hier ist unser Beistellbett. Ganz so scheiße ist das doch nicht. Über den kannst du den hochstellen, dann kannst du den hochstellen. Mal kurz mit dem Knie drauf. Das ist besser, als wenn ich letzte Woche pennen musste. Das ist super toll. Jetzt soll ich die Influss. Jo. Jetzt findet ihr unser Lungenabendblock. Loil. Eine Initiative ergriffen. Das ist die Definition von Liebe und Gönnung und Himmel und geil. Nach einem erfolgreichen Wochenende so unsere Mission, Tankstelle Snacks holen. Hi. Ich dachte, da ist wirklich jemand. Das ist unsere Ausbehalte. Nicknacks, Leibniz, M&Ms. Pommes. Und es klappt gar nicht. Das ist richtig voll nach Meckes, oder? Ja. Jemand hat Meckes bestellt. Ja. Ich glaube, ich petze das gleich bei der Rezeption. Das geht gar nicht. Wow. Oh mein Gott. Wir gehen jetzt frühstücken. Hier wieder den Martins Gans. Ja. Festessen. Basialisch festessen ab 10 Personen, obwohl wir zu dritt sind. Das ist jetzt unser Frühstück. Let's go. Und schweizer Käse von Liebe. Action. 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 Action.